Olambrezm Ja I'm here for the money, I'm here for the fame So it might be nice to own a gem So come oh yes Das Heute gibt es mal auf GOMBIL gibt es ein neues Spiel Wo es in den zeige ich euch mal Es gibt sowohl Deathmatch Wo die Server wie ich gerade hier sehe So ganz leicht bis komplett Der Live weglegen stellenweise Danke ersten Typen Hätte ich dann schon mal Down. Jo, der Bo hat gar nicht Punch 97 drauf, nein. Auf jeden Fall, also es gibt heute diesen Spielmodus. Ich habe eben schon versucht, mal aufzunehmen, was richtig gebockt hat. Ey, lol, ich habe richtig bereist von denen. Ah, perfekt. Okay, ich glaube, es gibt noch ein paar Bugs. Ähm, auf jeden Fall, eben wurde ich richtig nass-teamed und ich würde mal sagen, Jo, Dickie, wir sind hier in Kors, weißt du? Und ich würde mal sagen, wir sehen uns wieder, wenn die Runde vorbei ist. Wir haben die Runde gewonnen, anscheinend. So, eine neue Runde gibt es jetzt. Diesmal mit ein bisschen anderem Equip. Ich muss sagen, eben die Runde, also jetzt nicht die letzte, die ich aufgenommen habe, sondern ich habe eben eine Runde bewähnt, normal gespielt, einfach reich, dass ich sagst, da waren zwei aus einem Clan und ich finde, wenn die aus einem Clan sind und dann gegeneinander fünftig spielen, goll, rematch, schade. Wenn die normal gegeneinander spielen, dann habe ich damit gar kein Problem, aber weißt du, die waren halt halt so, die haben gesagt, es wäre kein Teaming, wenn sie eigentlich 2v1 würden und sich gegenseitig in Ruhe lassen. Und ich würde mal sagen, okay, das ist jetzt wie als wir ein Spieler in der Runde AFK, sondern es war halt wirklich cross-teaming der Lives. Und es ist halt absolut eklig, wenn die da richtig rein cross-teaming. Und ich würde mal sagen, ich ziehe den Dude, äh, ja, also es war halt wirklich absolut eklig. Die haben auch die Report wegen Teaming in their faces reingeschossen bekommen. Aber weiß ist es so, ich sag, also ich finde halt, es ist einfach so, Der Typ, der jetzt nichts gemacht hat, hätte den immer noch, äh, klatschen können. Oh, YouTube jetzt mit der bester Mama, dude. So, ich würde mal vorschlagen, dass das jetzt die letzte Runde ist. So, und ich ziehe den einigermaßen. Und, ja, gut, der ist down. Zwei Kills. Und So, jetzt ein bisschen Sweaten und schade Schokolade. Das soll's für heute dann auch gewesen sein. Ich hoffe, der Commentary hat euch mal wieder gefallen. Ich würde mich ultra über Like, Abo, Like, Kommi, Teilen, Liken, Favorisieren, Liken, Teilen, Kommi, Abo, Teilen, Like, Teilen, als Kommi. Und, bis dahin, Ciao.